Die Jinata-Sicherheit bekämpft die erste Ordnung? Sie verteidigen Mardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Okay, dann wollen wir mal ran an den Speck. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Okay, wenn sich zwei streiten, freut's der Dritte. Probieren wir uns mal vorbeizuschleichen an der Seite. Ein schönes neues Waffenarsenal haben wir auch am Start. Okay, kommt her! Die ältere Version davon. Die ältere Version. Die spielen wir gerade. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, komm unbedingt mal einschalten. So haben wir noch ein paar mitgenommen. Aus Rache. Die neue Ordnung. Oh, Raketenwerfer. Könnte von Bedeutung. Nein. Geben wir den mal mit. Oh, oh. Okay. Da würde ich sagen, wir müssen den ja irgendwie mit dem Raketenwerfer wegrasieren. Bams! Hat ganz gut funktioniert. Den machen wir auch noch platt. Gibt es hier noch mehr Muni oder so? Ah, der muss noch aufladen. So war das, genau. Und nochmal bitteschön. BAM! Wir bleiben einfach hier hinter. Hier war safe. Das waren nochmal die Skills von hier. Kontaktgranate. Scan von Kämpfer Erneuerung. Alles klar. Scan könnte man mal machen. Kontaktgranate ist auch manchmal praktisch. Scan das mal für mich. Genau. Haben wir mal die Feinde hier analysiert. Wer soll hier alles rumtreibt. Und wenn wir erwarten, dass sich die Energie wieder aufreicht, können wir die übrigens schon mal ausschalten. Aber wirklich, wenn sich zwei streiten, voll ist der dritte. Aber der ETS-T da vorne, der muss nicht sein. BAM! So. So. Okay. Vorsichtig. Verblüten kommen zum Fall. Eieiei. Was macht Schrift denn da? Okay, kurz aussagen. Entschuldigung, Ladies and Gentlemen. Okay, wir gehen jetzt da rüber. Es sind zwar nur welche, aber die locken wir aus ihren Löchern. Stürzt doch. Wollte ich schon sagen, ey. Okay. Verdammt. Sie sind uns im Weg. Ausschalten. Er hat sie ausgeflammt. Dem mache ich Flammkuchen. Yeah. Es sind viele Damen wieder unterwegs bei den Stormtroopers. Bei der neuen Ordnung. Wollte das schlecht in Ordnung sein. Können wir das mal machen? Komm, einfach nur mal. Hey. So, will hier noch mal wer? Oder war es das schon? Schade, ich dachte, wir ragen jetzt hier so richtig durch, aber nix da. Okay, Schrift. Komm, weiter geht's. Wir räumen auf heute. Heute bedarf es. Eine Rettungskarte von der Coff. Wenn sie ausgerüstet hat, muss sie sich gleich ausgerüstet haben. Okay. Finde ein Kommunikationsrelais. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Vielleicht lebt sie ja noch, unsere Tochter. Mal probieren, das Ding, oder? Da vorne das Teil müssen wir hacken. Aber unterwegs gibt es natürlich noch ein paar Probleme. Ich überlege, ob wir da vielleicht mal ganz easy chillig so durchwatschen. Upsala. Zum Relais durchbrechen. Wir groß auf uns aufmerksam machen, weißt du? Da vorne muss ich hin. War nicht so gut geschossen mit dem Werfer. Aber macht nix. Die Mutti ist trotzdem glücklich. So. Wenn sie ihre Tochter wiederfindet. Alter Schwede. Irgendwie komisch, die alte Eben wäre so zu spielen. Genau, jetzt macht der Druide das klar und hoffentlich ordentlich. Finde er an irgendeine Spur. Untere Ebene. Okay. Ich muss ihn hier verteidigen. Aber wie denn? In hier? Sind die wahnsinnig? Okay. Verdammte Scheiße. Was war denn hier noch? Ach, das ist ja nice. Oh. Das kam überraschend. Alter, was ist hier los? Von allen Seiten kommen sie aus ihren Löchern gebrochen. So gibt es langsam Zulöchern, richtig. Moment. Das wollte ich gar nicht. Bei der 2 dritten. Hallo. Hallo. Toll. Wollte er mich neu das Geschütz aufbauen und damit F2 zu rücken und damit das Reh zu aktivieren. Er muss man gerade mal echt den Top einziehen. Ich habe hier gerade umzingelt. Zwei Fronten fliegt. Zack, zack, zack. Okay, pass auf. Ich renne jetzt hier rüber. Lass den das Geschütz hier stehen. Einsatz nicht möglich? Verdammt, ist das zu klein oder was? Da, die Ecke. Okay, das wird die Aufheilung. Scheiße. Willst du mich nicht selbst zum Ziel machen? Ich gehe weiter zu Fuß. Das könnte interessant werden. Boah, die sind aber schnell, der Balladen. Was haben wir denn hier? Bewegungscan, Ionenangriff und Reparieren. Alles klar. Gucken wir das mal aus. Zack. Bewegungscan. Wo? Müssen wir nicht das Feuer auf den da konzentrieren? Ja, Mann. Das zieht. Komm, nochmal, nochmal. Reparatur auch nochmal akkrieren. Du Schweinesack hier. Wie der geflogen ist. Hei, 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 hei. Das war beim Weitflug, den er da hingelegt hat. Ui, so, jetzt hier. Bums. Erledigt. Erledigt, ihr Pisser. War da noch was? Nein. Reparier das Teil nochmal gerade. Bleib hier schön drin. Sehr gemütlich. Okay, gehen wir erstmal hier vorbei, oder? Cool. Warten wir erstmal die Umliegende gerade ein bisschen wegscheppern. Stören hier gerade. Und hier ist ein bisschen. Booms. So. Von hinten? Wo kommt ihr denn her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist meine Kleine jetzt. Mann, meine Maus. Meine Maus hängt. Wie soll ich den nennen? Wie soll ich den denn jetzt? Das wird doch... Manchmal ist sie sinkt nur sehr leise. Sie hat gesagt, sie meint kommt dagegen nicht an, wir müssen sehr hilfinden. Ja, müssen wir auch. Die Tochter. Unsere Tochter ist immer noch in Schwierigkeiten. Wir hängen jetzt hier rum, aber wir sollen das Gebiet sichern hier. Verdammt. Kann doch nicht sein, wie viele sollen denn jetzt hier kommen noch? Das间 ist nicht so schön. Haha. Bist du vorst6ęśert! Das ist okay. Ja, ich schau mich jetzt hier mal um einfach. Ich weiß ja nicht, wo das hier sein soll, verdammte Axt. Hier bestimmt nicht, oder? Boah. Oh, es waren wirklich so viele, die wir da noch ummieten mussten. Heftig, ey. Okay, das Ding ist lustig, aber... Okay. Mit G war das. Mit G. So, wie wir Dale gefunden haben, werden wir sehen. Okay, rüber. Nächste Station. Gehen wir direkt wieder so ein Ding, oder? Komm, das war ganz gut. Dann stoppt ihr den anderen, Mann. Boah, war auch eine Überraschung. Okay. Boah, habt ihr jetzt gehört, diesen Schrei? Oh, ich glaube, da wurde unser Freund gegrillt, oder? Einmal scannen, bitte. Ja, ein Gebietsscan kann auch nicht schaden. Das Ding wollen wir uns trotzdem. Und jetzt nicht so übereifrig, wie ich gerade wieder war. Boah, die haben uns ja direkt umzunehmen gehabt. Jetzt machen wir was lustiges. Bam, 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 bam. Drei Fraktionen gegeneinander. Das ist schon eine spannende Story. Ja, so läuft das auch. Ein bisschen mehr Zurückhaltung. Das ist wieder so ein Gerät. Oh Gott, ich glaube, das wird wieder so ein harter Fight. Ganz zusammen mit mir. Ziemlich kämpferisch hier alles, ne? Die ganzen Episoden bis so. Also knüpfen halt auch direkt an das Ende des Hauptspiels an. Mit dieser Kylo Ren-Mission. Oh, guck mal einen an. Du auch hier. Herz gefreut als Gara. Okay, das war dumm eingesetzt. Hat sie keinen Feind, oder was? Wir können übrigens auch sterben. Also nicht nur unser Ding nimmt Schaden, sondern wir können auch sterben. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Headshot kriegen oder so. Ganz klar, dann weisen wir auch uns, Graß. Das ist mir zur Information. Mal reparieren. Hier war deutlich weniger los. Gut, wieder vom Ding steigen. Und was haben wir hier? Vielleicht unsere Tochter. Sie ist leer. So schneller. Schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Ein drittes Signal! Das muss Zay sein! Sie lebt, Schrev. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Na, dann meint er ja. Ich bin direkt für die ganze Überraschung. Ich sollte mir den Scan benutzen. Ich wollte es mal reparieren. Dieser Flammbäer war eins problematisch. Komm schon, schieß drauf, Mann. Der hat gut und seinen abgehabelt. Abgehabelt. So, komm her. Junge, Junge, Junge. Ich kenne hier kaum Quatschen mit euch. Weil die ganze Zeit ist die höchste Konzentration. Wie gesagt. Das war einer. Oh, well, you know. Hey, deine Tochter. Okay. Na, dann mal weiter, Freunde. Und die nächsten. Also, wir fighten uns hier von Stellung zu Stellung. Und wir hoffen, dass es besser läuft. Oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Verdammte Ex. Verdammtes. Ach, du heiliger, mein, Liga. Voll super eng. Ich konnte es mal reparieren. Ich konnte es mal den scannen wieder. Der ist doch sehr hilfreich. Gerade, wenn die Feinde so weit hinten sind. Jetzt muss ich beseitigen, was ist Zeug, ey. Booms. Aber noch gut den Spieß umgedreht. Und die nächsten, bitte. Möge die Macht mit uns sein. Scan. Scan. Reparatur. Verdächtig ruhig. Wo ist die neue Ordnung? Wo haben sich die Ex-Imperialisten versteckt? Oder die Imperialisten? So Ex sind sie ja gar nicht, aber vielleicht nicht mehr das Imperium. Sie sind im Arsch. Aber jetzt bäumen sie sich wieder auf. Und das kriegen wir besonders zu spüren. Du hast du sagen, der Gewinn. Zuerst einmal müssen wir selten. Wir sind fast da. Okay, schnell zu unserer Tochter. Oh Gott, da kommen wir nicht rum. Toll. Super Rettungsaktion hier, Sarata. Dieser Heinz. Ich bin so ein Heinz. Wir müssen nicht noch mit dir aufhalten. Oh. Da ist sie gestorben. Es tut mir leid. Vergib mir. Aber du hast dich der Feind in die Seite angeschlossen. Nein. Aber der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Okay, jetzt kämpfen wir uns da weiter hoch. Wir müssen unsere Tochter finden. Äh. Hallo. Wo hängt der irgendwie, der kleine, der kleine Walker-Texas-Ranger. Zack. Chuck Morris. Der Rückzug der ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Juni hat der Sicherheit geht unter. Oh, was ist denn das hier für ein sinnloser Raum? Ist einfach nur da so? Dann könnten wir ja abkürzen. Aber ist einfach sinnlos da. Dann rennen wir danach zurück. Okay, hier habe ich einfach gerne Granaten. Aber es tut mir auch okay. Dann kann ich leben. Ups. So, wie schaut es denn jetzt aus? Nochmal kleiner Scan. Kurze Reparaturvergabe. Auch wenn er nicht wirklich nötig ist. Aber er lädt er immerhin wieder auf. Und die Ohnenwaffe können wir auch nochmal benutzen hier. Zack. Sie hat einen Hinterhalt gebaut. Cleveres Mädchen. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der mir. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Ein Shuttle. Noch mehr Sturmtruppen. Einfach nur drauf. Einfach nur drauf. Aber wir müssen auf die linke Flanke achten. Oh, guck mal, da ist einer hinter dem Stück sogar. Machen wir lieber einen Scannen, dann sehen wir die Feinde genau. Schwerf, du machst das schon. Ich baue da auf dich. Die Tochter zu verteidigen. Komm schon. Jetzt hier. Ja, jetzt haben wir es ganz gut drauf. Verdammt, da kommen noch mehr. Oh, der hat es richtig auf uns abgesehen. Scheiße, Mann. Oh, der ist nicht. Feindlicher Scherer, Schatze. Wir haben es hier gewandt. Oh, oh. Der Ding geht gleich kaputt. Ich brauche die Temperatur. Ich brauche die Temperatur. Verdammt. Nein. 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 The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.